Versucht also mit der Markenentwicklung einen echt hohen Qualitätsanspruch zu haben, denn schließlich soll das ganze Erscheinungsbild eurer Marke ja auch noch Jahre später ansprechend sein. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn es um die Weiterentwicklung der Marke geht, dann versucht nicht unbedingt diese Geldsparnummer zu fahren. Ich weiß, hey, jetzt Startup, ja, ich brauche jetzt mein schnelles Logo, das kaufe ich mir irgendwie für 300 Euro auf irgendeiner Plattform und überarbeite das Ding in drei oder fünf Jahren nochmal, okay? Also das kann man machen, muss man aber nicht. Anders sieht es bei Firmen aus, die schon etabliert sind, die schon ein paar Jahre am Markt sind oder Jahrzehnte am Markt sind und wo das Erscheinungsbild einfach auch immer wird. Wie der weiterentwickelt werden muss. Also auch da einen höchsten Anspruch an die Qualität. Warum? Weil das Ding darf nach zehn Jahren nicht antiquiert aussehen. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller So, in dieser Podcast-Folge heute soll es um das Thema gehen. Sechs Fehler, an denen der Aufbau deiner Personal Brand scheitern wird. Sechs Fehler, an denen der Aufbau deiner Personal Brand scheitern wird. Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode hier im Markenrebell-Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir werden uns heute die sechs Fehlern, die sechs wichtigsten Fehler, zumindest aus meiner Sicht, anschauen, zu denen ich immer wieder kontaktiert werde, angerufen werde, zu denen ich immer wieder spreche oder auch Workshops und Coachings gebe und werde euch zu diesen sechs Fehlern oder Hürden, je nachdem wie man es benennen möchte, natürlich auch Antworten liefern. So, damit ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spanne und ich hier zu später Stunde auch noch ein bisschen Gas gebe, kommen wir zu Fehler Nummer eins. Fehler Nummer eins ist, dein Markenauftritt ist nicht einheitlich und zeitgemäß. Gehen wir vielleicht erstmal auf das Einheitliche ein. Das heißt, einheitlich vielleicht auch beständig in sämtlichen Kommunikationsmitteln, Plattformen und Medien. Also eine Beständigkeit der Marke. So eine Beständigkeit der Marke schafft eine Wiedererkennung und vor allem, und da wollen wir ja hin, wir wollen das Vertrauen gewinnen. Gerade in der digitalen Kommunikation ist es super wichtig, dass wir das Vertrauen unserer Kunden gewinnen, dass das, was man von uns als Markenerlebnis tatsächlich wahrnimmt, auch ein solches ist und dann natürlich über die Zeit, über die Anzahl der Touchpoints mit meiner Marke, der Berührungspunkte mit meiner Marke ein Vertrauen geschaffen wird. Was bedeutet Beständigkeit? Stellt euch vor, ihr geht aus dem Haus, habt einen Kundentermin und dann seht ihr natürlich zu, dass das Outfit irgendwie eurer Branche entspricht, eurem Style entspricht, eurem Wohlfühlen entspricht. Und ihr werdet nicht drei oder vier Wochen später zu demselben Kunden im Jogginganzug gehen, sondern ihr werdet immer darauf achten, dass das natürlich adäquat dem entspricht, wie ihr auftreten wollt. Und das ist extrem wichtig, dass diese Beständigkeit, also dass der Kunde sich verlassen kann darauf, dass ihr vernünftig angezogen oder angemessen gekleidet da auftaucht und nicht im Jogginganzug dort eine Präsentation haltet. Beispielsweise. So, das heißt Beständigkeit könnt ihr ganz einfach feststellen, indem ihr einfach mal alle Kommunikationsmaßnahmen, die ihr so habt in eurer Kommunikation, in dem, wo euer Logo drauf ist, mal nebeneinander legt oder auf dem Bildschirm irgendwie drapiert, so ein kleines Moodboard macht und dann einfach mal vergleicht und sagt, okay, ist meine Marke so stringent und beständig, dass sie als solche auch ganzheitlich wahrgenommen wird? Also das heißt, habt ihr so ein labberiges Ding als Visitenkarte, weil ihr irgendwie eine haben müsst oder weil irgendwie jeder eine hat oder noch eine hat? Oder eure Website? Wie lieblos ist das Ding irgendwie gestaltet? Vielleicht hat es auch wirklich Funktionalitäten für eine interaktive Kommunikation, für einen Dialog? Oder ist es eher so ein, hier guck mal, sind meine Öffnungszeiten, hier sind meine Produktmerkmale, hier kannst du irgendwie mich besuchen, jetzt meine Adresse und das war's. Oder ist da ein Live-Chat drauf oder ist da eine Interaktionsmöglichkeit, weil man irgendwie ein cooles Tool hat, in dem man was eingeben kann und dann sein BMI berechnen kann oder sowas. Also Interaktion heißt, ich interagiere mit deiner Seite, ich lese nicht nur Text und gehe dann wieder, sondern ich interagiere, ich hinterlasse dir eine Nachricht, ich stelle eine Frage oder ich kriege einen besonderen Service, kann mich ein Newsletter eintragen, vielleicht auch Teil einer WhatsApp-Gruppe werden oder was auch immer. Also das bedeutet Beständigkeit in jeder Kommunikation, auf jeder Plattform, auf der ihr seid, in jedem Medium, in dem ihr präsent seid. Und diese Touchpoints zu überprüfen, einfach mal alles vor euch hinlegen, aber dann auch in diese Einzelmaßnahmen rein, zoomen und sagen, ist mein Newsletter tatsächlich so designy und geil wie meine Website oder ist das irgendwie so ein Solitär, der irgendwie so los im Raum fliegt und hat mit Branding überhaupt nichts zu tun. Also das meint Beständigkeit oder Einheitlichkeit. Das Ändern des Erscheinungsbildes ständig, also die ständige Änderung des Erscheinungsbildes oder auch gar nicht, ist auch schlecht. Also wir müssen irgendwo so einen Mittelweg dazwischen finden. Das wirkt in beiden Fällen sehr unprofessionell. Also wenn ich ständig dabei bin, mein Erscheinungsbild zu ändern und der Kunde geht fünf Tage später oder drei Wochen später auf die Website und das Ding sieht komplett anders aus, dann ist es natürlich ganz schlecht. Wenn sie das Ding in den letzten 20 Jahren nicht geändert hat oder in den letzten fünf Jahren nicht geändert hat, in den letzten drei Jahren nicht geändert hat, dann ist das auch ganz schlecht. So und das Problem ist aber, es ist ein Schmerz, den wir nicht sofort spüren. Also Beispiel, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen monatlichen Umsatz habt, keine Ahnung, 100.000 Euro und ihr merkt, wow, das sind jetzt nur noch 70.000, dann merkt ihr das, dann ist das ein Schmerz. Wenn aber eure Marke unprofessionell wirkt, ist das erstmal eine Geschichte, die ihr nicht merkt. Das lässt sich zwar dann vielleicht irgendwie erklären, wenn ihr nämlich irgendwie Feedback einsammelt oder eure Kunden einfach fragt, dass vielleicht durch den unprofessionellen Auftritt zurückzuführen ist, dass ihr weniger Umsatz macht, aber erstmal ist das nicht spürbar als Leidensdruck für euch identifizierbar. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Person trefft auf der Straße und die ist nicht so gekleidet, wie ihr das erwartet und kauft deshalb nicht, dann dreht euch um, geht einfach in die andere Richtung. Und die Person, die das betrifft, weiß das unter Umständen gar nicht, dass ihr gerne gekauft hättet, es aber nicht getan habt, weil ihr das unprofessionell, weil der Auftritt unprofessionell war. Und genau darum geht es. Marke ist erstmal ein super emotionales Thema. Wenn die Leute auf eure Website kommen und ihr merkt, dort finden keine Abverkäufe statt, dann habt ihr ein Problem mit eurer Identität, mit eurer Darstellung auf der Seite und natürlich dann kommt noch Funktionalität und so weiter mit dazu. Aber wenn die Seite nicht cool aussieht, werden die Leute nicht kaufen. Das heißt, die Kunden und Verbraucher werden das ganze Thema erstmal ablehnen und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde zurückkommt auf eure Seite und der im Ganzen nochmal eine Chance gibt, ist, naja, man sagt, die Kunden wandern im Digitalen zehnmal schneller ab als im realen Leben und kommen auch so schnell nicht wieder. Es sei denn, ihr seid wirklich so super spannend, dass sie dann noch sagen, okay, dann schaue ich mir nochmal auf die Website. Sorry. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich muss jetzt immer so auf mein Zettelchen hier gucken. Genau. Send me the touch points, habe ich schon gesagt. Ihr habt das übrigens, das, was ich jetzt hier gerade meine ganzen Stichpunkte, habt ihr in den Show Notes nochmal, ich habe das alles zusammengeschrieben, sodass ihr das auch nochmal nachlesen bzw. überprüfen könnt. Also das wäre wirklich auch nochmal so ein Anliegen von mir. Lest euch das durch. Ich habe das Stichpunkt dadurch gemacht, sodass das jetzt nicht irgendwie so eine riesen Textlawine ist, sodass ihr das schnell überfliegen könnt. Und wichtig, einfach mal überprüfen, wie sieht es da um eure Marke aus? Ist mein Auftritt einheitlich? Ist er wirklich beständig? Hat er die Qualität? Wirkt es professionell? Und wenn ihr das nicht einschätzen könnt, weil euch, man ist ja selber betriebsblind, dann ruft einfach eure Top 10 Kunden an und sagt, hey, kannst du kurz mal auf der Website surfen mit mir und mir ein Feedback geben? Also es ist echt wichtig, danach zu fragen, wie eure Wahrnehmung und Wirkung ist. Oder hey, was hältst du von meiner Visitenkarte? Habe ich neu machen lassen? Also diese Erkenntnisse sind einfach super wichtig. Versucht also mit der Markenentwicklung einen echt hohen Qualitätsanspruch zu haben, denn schließlich soll das ganze Erscheinungsbild eurer Marke ja auch noch Jahre später ansprechend sein. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn es um die Weiterentwicklung der Marke geht, dann versucht nicht unbedingt diese Geldsparnummer zu fahren. Ich weiß, hey, jetzt Startup, ja, ich brauche jetzt mein schnellen Logo, das kaufe ich mir irgendwie für 300 Euro auf irgendeiner Plattform und überarbeite das Ding in drei oder fünf Jahren nochmal. Okay, also das ist jetzt, kann man machen, muss man aber nicht. Anders sieht es bei Firmen aus, die schon etabliert sind, die schon ein paar Jahre am Markt sind oder Jahrzehnte am Markt sind und wo das Erscheinungsbild einfach auch immer wieder weiterentwickelt werden muss. Also auch da einen höchsten Anspruch an die Qualität. Warum? Weil das Ding darf nach zehn Jahren nicht antiquiert aussehen. Also wenn ich jetzt von einem Logo rede, die Freshness einer Website, die Funktionalität einer Website, das ändert sich ständig, da kannst du im Zweijahresrhythmus oder noch kürzeren Abständen immer wieder mal was machen, ist ja klar. Also ich arbeite jeden Monat an der Website und versuche da irgendwelche Dinge zu verbessern oder anzupassen. Aber was ich euch sagen möchte, ist einfach, dass ihr, wenn ihr an eure Marke rangeht und diese weiterentwickeln wollt, dann natürlich darauf Wert legt und sagt, okay, das muss jetzt wirklich höchsten Qualitätsanspruch haben, um einfach das Ding nicht wieder in Frage stellen zu müssen. Also ich werde oft kontaktiert, wo ich einfach schon in der Marke sehe, okay, da hat jemand selber gebastelt oder da hat jemand noch nicht so weiter gedacht. Und wenn deine Marke jetzt 10, 15, 20 Jahre alt ist, beziehungsweise der Style Guide so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, da gibt es halt heute Anwendungen, da eignet sich das Logo vielleicht in der damals entwickelten Anwendungsvariante nicht. Zum Beispiel als App-Icon oder als Fafficon für eine Website oder sowas. Also dieses kleine Logo, was man dann so in der URL immer wieder sieht. Aber auch dafür brauchst du eine Lösung und deswegen das einfach im professionellen Handy geben. Da kann ich auch gerne Kontakt machen zur Agentur, wenn ihr da Lust drauf habt oder da einen Support braucht. Gerne eine E-Mail schicken, dann kann ich da einen Kontakt herstellen. So, was haben wir noch? Genau, das Thema Style Guide, ich habe es gerade schon gesagt, Thema Logoanwendung, Bildsprache, Farben, Typografie, Anwendungsbeispiele, Sprachen etc. Um eine Einheitlichkeit herzustellen, musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du mit deinen Partnern, externen Dienstleistern oder wem auch immer du zusammenarbeitest, eine Möglichkeit an die Hand gibst und sagst, schau mal her, das ist mein Marken Style Guide. Sieh bitte zu, dass das wirklich so umgesetzt wird. Das mache ich zum Beispiel mit meinen virtuellen Assistenten, dass die zum Beispiel genau eine Vorlage bekommen und sagen, okay, das ist die Typografie, ich hätte gern diesen Zahlenabstand, ich hätte gern das linksbündig oder der und der Farbe, genau definierte Farbcodes, damit das wirklich auch einheitlich funktioniert. Das ist extrem wichtig, weil man selber kennt vielleicht alle Details einer Marke, aber die Anwendung durch andere, also unabhängige Dritte, die nicht bei der Entwicklung der Marke dabei waren, die müssen es nachvollziehen können und deswegen macht so einen kleinen Style Guide. Das muss jetzt nicht ausufernd sein und bitte nicht in gedruckter Form irgendwie ein PDF durch die Wallachei schicken, sondern versucht das digital zu machen, so eine kleine Microsite, wo man schnell ein Update machen kann und den Leuten sagt, bitte guck auf die Website, aktueller Stand. So ein PDF, da weiß der nicht, das speichern die Leute sich auf dem Rechner und dann wissen die nicht, ist das jetzt die aktuelle Version und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2. Kurzlebige Trends versus langlebige Einöde, habe ich es genannt. Also kurzlebige Trends meint, wie fange ich an? Ich fange mal so an. Eigenmarken, also Personal Brands, sind genau wie Unternehmensmarken organisch zu verstehen. Also von Menschen entwickelt und gelebte Konzepte. Das ist wichtig. Also organisch stellt euch einfach das Thema Branding, das Thema Marke wie ein Organismus, also lebendig vor. Und das bedeutet wiederum, dass sie weiterentwickelt werden. Also so wie wir Menschen ja auch im Laufe unseres Lebens uns weiterentwickeln, zumindest mal älter werden, darf auch eine Marke sich weiterentwickeln, darf auch eine Marke als lebendiges Konzept, sag ich mal, verstanden werden. So, und das bedeutet, dass ich das Ganze natürlich kreativ erlebbar mache. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass ich auf jeden Trend und deswegen auch kurzlebige Trends, wenn ich auf jeden Trend aufspreche und sage, ey, das ist eine coole Idee, oh, das ist einer super erfolgreich mit dieser Nummer, das machen wir auch. Dann bin ich nur die ganze Zeit dabei, diesem Trend hinterher zu hecheln und wende mich so ein bisschen ab davon, wo komme ich eigentlich her? Passt das eigentlich zu mir? Und gehe natürlich auch ein gewisses unternehmerisches Risiko ein, weil so ein Trend natürlich auch sehr schnell wieder abflacht. Und dann muss ich mich ziemlich schnell wieder so auf meine Basis besinnen oder dem nächsten Trend hinterherlaufen, was auch wieder ein Desaster ist. Also keine gute Idee, kurzlebigen Trends hinterher zu entlaufen, sondern diese Trends vielleicht eher als Inspirationsquelle zu betrachten. Also gerne inspirieren lassen, ich finde es auch immer sehr cool, aber nicht gleich schon wieder in die Folgen gehen, in die Umsetzung gehen und dann hast du irgendwie so 15 Ideen und sagst, okay, also es ist eher ein Verzetteln am Ende. Entwickeln sich Marken dann allerdings nicht weiter. Also jetzt haben wir ja gerade über die Lebendigkeit gesprochen, über die Weiterentwicklung gesprochen und jetzt gehen wir davon aus, dass sich eine Marke nicht weiterentwickelt. So hat das einfach auch den Verfall der geschaffenen Markenwerte zur Folge, mit denen sich der Kunde früher identifiziert hat, als ihr die Marke gebaut habt. Auch interessant, einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Ihr habt irgendwann mal angefangen, ein Unternehmen aufzubauen, eine Marke zu entwickeln, die Werte, die Markenwerte zu definieren, also wofür stehen wir? So und jetzt entwickelt ihr das Ding nicht weiter. und ihr sagt, hey, ist ja wurscht, Hauptsache ich habe mein Logo auf der Visitenkarte. Dann verfällt quasi der Markenwert, also die geschaffenen Werte, für die ihr damals angetreten seid. Und der Kunde, der sich früher damit identifiziert hat, der tut das nicht mehr. Das heißt, früher wart ihr vielleicht super innovativ, jetzt entwickelt sich die Marke nicht weiter. Es ist ja klar, dass die Wirkung dann nach außen unprofessionell wird und dass das Thema Innovation gar nicht mehr zu eurem Unternehmen passt. Das heißt, ist die Marke in die Jahre gekommen, wird es natürlich super schwer, den Leuten da draußen zu erklären, wie geil eure neuen Produkte sind. Warum? Weil der ganze Mantel, die ganze Verpackung, dieses ganze Geschenkpapier, Weihnachten ist gerade vorbei, Stell dir vor, du wickelst ein Weihnachtsgeschenk ein in Weihnachtspapier von vor 15 Jahren. Ist ja nicht cool. Irgendwie so abgegriffen, freust du dich ja nicht auf den Inhalt, willst du gar nicht aufmachen. Und so würde ich das auch vergleichen. Also dass die Verpackung einfach nochmal ganz klar dem Kunden kommuniziert und sagt, hey, dafür stehen wir und du weißt ganz genau, warum du dich uns als Unternehmen oder mir als Eigenmarke anschließt, weil ich genau dafür stehe und weil sich hier unsere Wertematrix einfach überschneidet und wir Gemeinsamkeiten haben. Ich muss wieder auf meinen Zettel gucken, habe einfach zu viel aufgeschrieben, es wird eine ewig lange Folge heute, ich weiß, aber da müssen wir einfach durch. So, dann habe ich aufgeschrieben, eine Weiterentwicklung deiner Marke muss immer wieder ein neues Markenerlebnis schaffen und das ist mir extrem wichtig. Mir ist extrem wichtig, dass wir verstehen und dass ich hier auch wirklich klar rüberbringe, dass wenn wir Marken, Eigenmarken, Personal Brands bauen, dann muss das ein Erlebnis sein. Und das Erlebnis, darauf komme ich später nochmal, muss immer auch mit etwas Menschlichem verbunden werden. Kein Mensch möchte heute mehr mit einer abstrakten Marke interagieren. Ja, ich will nicht mit Nike interagieren, sondern ich will mit Mike von Nike interagieren. Versteht ihr? Das ist das, was heute wichtig ist. Und ich weiß, ich weiß, es ist wahnsinnig anspruchsvoll, Markenerlebnisse zu schaffen. Also Markenerlebnis ist zum Beispiel auch, wenn die Leute auf eure Website kommen, wie groß ist der Wow-Effekt, den die da haben. Oder wenn sie einen Service von euch, ein Newsletter zum Beispiel bekommen, wie geil ist der wirklich für eure Kunden. Und das ist ein ganz anspruchsvoller Prozess, diese Markenerlebnisse zu kreieren. Aber es ist super notwendig, wenn du die Interaktion mit deiner Zielgruppe im Fokus hast. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sage dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und eins, und dann schließe ich Fehler zwei auch ab, eins möchte ich euch unbedingt mit auf den Weg geben. Früher haben wir gesagt, Corporate Identity ist so der Überbegriff, und dazu gehört das Corporate Design, Corporate Behavior, Corporate Wording und so weiter und so fort. Also ganz viele Aspekte. Und was jetzt absolut neu ist, und das gab es damals einfach nicht, in Zeiten, in denen ich unterwegs war, und die Marken machte ich, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, gab es damals nicht, war damals kein Thema, war vielleicht mal Teil einer Marketing-Kampagne, aber Personal Branding ist in Zeiten der Digitalisierung, in der wir heute leben, in Zeiten des digitalen Wandels, ein wesentlicher Bestandteil der Corporate Identity geworden. Das heißt, Unternehmen, die sagen, es ist nicht wichtig, dass unsere Vorstände, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Mitarbeiter, Praktikanten, sichtbar werden, Oldschool denke, muss ich leider sagen, wir müssen davon ganz klar abweichen, wir müssen eine neue Strategie bauen, wie wir die Menschlichkeit, das Persönliche, das Nahe, das Emotionale, wieder in die Unternehmen bringen, das ist mir persönlich in der Außenwahrnehmung, in der Außenbetrachtung noch viel zu abstrakt, es ist viel zu weit weg von mir als Kunden, als Zielgruppe, wir müssen viel näher dran, und das schaffen wir nur durch eine Personal Branding Strategie und die wiederum ist Teil der Corporate Identity geworden. War früher tatsächlich nicht so oder sehr, 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 sehr selten, habe ich das gesehen. So, das bedeutet, das zu ignorieren, dass Personal Branding heute ein wichtiger Bestandteil der Markenführung in Unternehmen ist oder bei Einzelunternehmen ist oder bei dir als Persönlichkeit, um eine Eigenmarke aufzubauen, oder wenn diesem Thema zu wenig Aufmerksamkeit gegeben wird, dann wird man das in den nächsten Jahren mit harter Währung bezahlen. Das ist keine Auswirkung, die wir jetzt spüren, die wir in sechs Monaten oder zwölf Monaten spüren, aber wir werden es in den nächsten Jahren, zwei, drei, fünf Jahren, werden wir das merken, dass Wettbewerber oder Startups in den Markt kommen, die das viel geiler drauf haben oder von vornherein in ihrer Markenstrategie, Kommunikationsstrategie mit aufgenommen haben, die damit viel persönlicher werden und viel mehr Sogwirkung erzeugen können, weil sie einfach die Leute anziehen, die sie mögen und mit der Unternehmensmarke auf diese Weise verbinden. So, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Fehler Nummer drei. Verbinde deine Eigenmarke nicht mit den falschen Produkten. Vielleicht verschiedene Perspektiven zu diesem Thema. Also verbinde deine Eigenmarke nicht mit den falschen Produkten. Das bedeutet als erstes das Thema Markenname. Den müssen wir natürlich mit Bedacht auswählen. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein Unternehmen aufbauen oder ein Unternehmen haben, es gibt ja auch Markennamen, die entwickelt werden für fest etablierte Unternehmen, zum Beispiel Produktmarken, der Markenname für ein Produkt zum Beispiel. Damit ist aber auch der Unternehmensname gemeint, den ihr vielleicht entwickelt, um einen Startup hochzuziehen. Je nach eurem Geschäftsmodell und der Skalierbarkeit dessen, ist natürlich darauf zu achten, wie der Name gewählt wird. Ich persönlich habe schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, zum Thema Markennamen. Ich finde wichtig, dass eine Personal Branding-Strategie nicht nur auf den Namen abzielt. Das kann am Anfang sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel Speaker seid und sagt, ich baue mir jetzt eine geile Karriere auf, dann ist natürlich euer Name Programm und dann ist auch der Name das Wichtige, worauf ihr am Anfang setzen solltet. Aber wenn es dann weitergeht und ihr skalieren wollt, Produkte entwickeln wollt, wollt vielleicht eine University, so mein Traum, Personal Branding University, aufbauen, dann ist natürlich doof, wenn das Ding heißt Norman-Müller-Universität. Ihr versteht, was ich meine. Dann muss man sich eine Markenarchitektur bauen, die Skalierungsmöglichkeiten oder potenziale Inhalt und das gilt es gleich am Anfang zumindest mal vorab zu denken, bevor man es gar nicht bedenkt und nur auf den eigenen Namen setzt, beispielsweise. Alle Aktivitäten, Aktionen oder auch Kooperationen sollten natürlich mit den Markenwerten und der Markenbotschaft übereinstimmen. Ich habe da ein geiles Beispiel rausgesucht und dann springen wir auch gleich zu Fehler Nummer 4. Aber das Beispiel ist folgendes. 1982 boomte der Markt für Tiefkühlkost extrem und das Unternehmen Colgate, ihr kennt das Unternehmen, also Zahnpasta, Colgate wollte natürlich unbedingt mit dem bestehenden Firmennamen diese gefrorenen Fertigmahlzeiten anbieten und davon profitieren. Also war gerade ein Riesentrend, wir hatten das Thema Trend ja vorhin schon, Thema Tiefkühlkost und die wollten mit Colgate jetzt in den Markt. So, Colgate war natürlich damals schon bekannt für das Thema Zahnpasta, hat Unmengen Geld da reingepackt, dass die Leute lernen, Colgate gleich Zahnpasta und nun wollte das Unternehmen natürlich die Gelegenheit nutzen und einfach einen Vorstoß in den neuen Markt machen und hat aber sich überlegt, den Markennamen und das Logo auch für diese neuen Produkte zu verwenden. Das ging natürlich komplett nach hinten los, weil die Leute natürlich irgendwie das nicht zusammengekriegt haben und gesagt haben, okay, auf der einen Seite ist Zahnpasta, auf der anderen Seite sind es tiefgefrorene Fertiggerichte, das funktioniert nicht. Also es war eigentlich ein Riesendesaster. Die Produkte passten einfach nicht zum geschaffenen Marken-Image und das soll auch die Botschaft sein, wenn ich sage, verbinde deine Marke nicht mit den falschen Produkten, je nachdem, wie deine Kommunikationsstrategie ausgerichtet ist und das merkst du ziemlich schnell, wenn du deine Produkte oder Dienstleistungen nicht verkauft kriegst, dann liegt es oft daran, dass die Produkte entweder nicht richtig gebaut sind oder einfach eben nicht zu deiner Eigenmarke passen und das muss man sich dann entsprechend anschauen. So, Fehler Nummer 4. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, sonst wird das echt eine ewig lange Folge. Sorry dafür. Konzentriere dich auf Merkmale, nicht auf Merkmale, konzentriere dich nicht auf Merkmale, sondern auf die Vorteile. Und zwar geht es hierbei um die Markenbotschaft. Die Markenbotschaft ist ein Markenversprechen. Und das ist in zumindest meiner Sicht oder meiner Betrachtung, meiner Erfahrung, oftmals nicht präzise formuliert oder völlig übertrieben. Das muss man sich einfach nochmal genau anschauen. Also nicht präzise formulierte Markenbotschaften funktionieren natürlich genauso wenig wie völlig übertriebene Markenbotschaften. Also Markenbotschaften ist gleich Versprechen an eure Kunden. Suche nach einer tatsächlichen Alleinstellung. Ich weiß, das ist hartes Brot. Es gibt sogar einige Berater, die sagen, es gibt keine Alleinstellung, sondern nur Besonderstellung. Bitte sucht nach der Alleinstellung. Gebt euch das gerne auch einfach mit einem Mentor, mit einem Trainer zusammen, dass ihr euch die Zeit nehmt, wirklich danach zu suchen und stellt die Vorteile deines Produkts oder deiner Dienstleistung heraus. Also, Fehler Nummer 4. Konzentriere dich nicht auf die Merkmale, sondern auf die Vorteile deines Produktes. Kleines Beispiel dazu. Stell dir vor, ich habe einen super fantastisch neuen eine, ich wollte Besen sagen, aber ihr versteht das gleich. Ich habe eine fantastisch neue Schneeschaufel entwickelt und könnte darüber stundenlang Vortrag halten, wie viel mehr Schnee du damit schaufeln kannst. Das ist das Merkmal. Also, mit meiner Schaufel neu entwickelt, super geiles Ding, kannst du viel mehr Schneeschaufeln. Das kennt ihr sicher auch aus anderen Beispielen. Was ist das Problem? Du wirst die Schneeschaufel nicht sehr gut verkaufen können. Warum? Weil niemand möchte noch mehr Schneeschaufeln. Versteht ihr? Also, wenn ihr auf das Merkmal des Produktes geht, dann werdet ihr eher negative Assoziationen bei eurem Kunden erzeugen. Das heißt, niemand möchte noch mehr Schneeschaufeln. Mich regt ja schon auf, das was da ist. Also, wer will noch mehr Schaufeln? Besser wäre, wenn ihr sagt, meine neu entwickelte Schneeschaufel verschafft dir folgenden Vorteil. Du kannst morgens eine Stunde länger schlafen, denn mit meiner Schaufel wirst du doppelt so schnell dein Auto aus dem Schnee freigraben können. Ja, also eine ganz andere Geschichte, ganz anderes Markenerlebnis, ganz anderes Markenversprechen, eine ganz andere Botschaft, Markenbotschaft, die wir hier vermitteln. Und wir gehen voll auf den Vorteil und weniger auf die Merkmale des Produktes. Also das nochmal zum Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 5. Deine Personal Brand scheitert an deiner Ungeduld. Und das ist leider auch immer wieder ein sehr, sehr großes Thema. Eine häufigste Frage, die mir gestellt wird, in so Vorgesprächen, die ich gerne mache, in den Vorgesprächen schaue ich dann, ob dann die Person irgendwie mit mir kann. Kann ich mit ihr? Macht das überhaupt Sinn? Ist da ein Hinhören erkennbar? Also ist da auch ein echtes Interesse, sich diesem Prozess wirklich hinzugeben. Und deswegen diese Vorgespräche. Und da merke ich, weil immer wieder die Frage auftaucht, hey, wie lange dauert denn das? Wann bin ich denn damit produktiv? Wann verdiene ich denn damit richtig Geld? Wann fließt meine Investition zurück? Kann dir kein Mensch sagen. Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Kann niemand sagen. Weil das ein iterativer Prozess ist. Also iterativ heißt, wir lernen, also wir bauen zusammen was auf. Wir lernen, ob und wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, geht man einen anderen Weg. Wenn es funktioniert, gehen wir den Weg weiter und bauen den weiter aus. Das ist ein iterativer Prozess. Personal Branding, Strategien funktionieren immer, weil es geht ja um den Menschen, um dich als Individuum. Also die Alleinstellung per se bist schon mal du in deiner Individualität. und da es um dich geht, ist es ein einzigartiges Konzept und ich halte nichts davon, was da im Online teilweise von irgendwelchen Online-Marketern verkauft wird. Hey, hier, ich gebe dir hier das Ding, damit wirst du eine Million Euro Umsatz machen. Ich habe heute wieder sowas gesehen. Das regt mich immer fürchterlich auf. Hey, dein Einkommen, 5000 mehr im Monat. Wenn ihr sowas seht, bitte sofort wegschmeißen, diese Person blockieren oder sonst irgendwas machen. Es ist eine Katastrophe. Also, es ist ein individueller Prozess und er ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es kann sein, dass du nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach drei Jahren richtig Kohle damit verdienst. Aber es ist ein langfristiger Prozess. Die Ungeduld ist natürlich unser größter Feind. Ich kenne das, auch eine Schwäche von mir. Ich will das immer sofort. Ich muss immer ganz schnell gehen und so weiter. Das heißt, ich kann euch da super gut verstehen und wir geben auch Vollgas, dass das alles funktioniert. Aber wichtig ist zu verstehen, Personal Branding ist ein langfristiges Business. Es ist mega gut, wenn es langfristig mal aufgebaut ist. Es ist ein harter Weg, das sage ich dazu, bin ich ganz ehrlich. Es ist ein harter Weg. Man muss das wirklich wollen und man muss das wirklich so gestalten mit automatisierten Prozessen und so weiter, dass man immer Freude daran haben wird. Aber es macht unfassbar viel Spaß und es ist wahnsinnig nachhaltige Strategie. Also nachhaltige Markenstrategie. Was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Niemand wird über Nacht zum Influencer oder Meinungsführer. Das ist genau das Thema. Personal Branding ist mit Ausdauersport zu vergleichen. Also trainiere jeden Tag. Wenn du zum Marathon willst, musst du jeden Tag deine Laufschuhe anziehen. Vielleicht hast du ein, zweimal die Woche eine Pause. Aber ansonsten trainiere jeden Tag Ausdauersport. Kein Schnellkraftsport, kein Gewicht heben. Also nicht mal 250 Kilo hochheben, Sieger. Sondern das Ding ist wirklich, du musst die Strecke hinter dich bringen und musst es echt machen. Dann fehlt es oft an einer Strategie, die dann wiederum zu Ungeduld führt. Warum? Weil man irgendwie so durchs Weltall irrt, ohne irgendwie so einen Kompass zu haben. Wobei das auf deinem Weltall macht, einen Kompass jetzt auch nicht so wirklich Sinn. Das ist auch ein geiles Beispiel. Okay. Sondern Strategie ist die Basis. Strategie ist trocken. Strategie ist am Anfang. Und Strategie ist, ja, wir müssen das machen. Wir müssen auch zum Zahnarzt gehen. Wir brauchen eine Strategie, um einfach sämtliche Aktionen, Aktivitäten festzulegen, einen Masterplan hinzuzimmern und zu sagen, okay, daran orientieren wir uns jetzt in den nächsten sechs Monaten. Das ist echt wichtig. Eine Personal Branding Strategie ist ein iterativer Prozess, habe ich gerade gesagt. Es ist ein Lernen am lebenden Objekt. Ihr werdet keinen Experten da draußen finden, der euch dieses Versprechen macht. Ich reite da jetzt nicht weiter drauf rum, aber macht euch das einfach klar. Verschiedene Mechanismen, Methoden, Strategien zu funktionieren, sicher. Aber man muss die richtige Kombination für dich persönlich finden. Es ist ein ganz individuelles Ding. So, dann ist natürlich auch wichtig, die Ungeduld in allen Ehren. Aber du musst erst mal all in gehen. All in gehen heißt, lass deine Maske fallen. Du musst persönliche Dinge von dir preisgeben, um dich einfach in deiner Menschlichkeit zu zeigen. Persönliche Dinge, das können Erlebnisse sein, können Gedanken sein, Meinungen sein, Ideen sein, Gefühle sein. Was ich oftmals sehe, ist auch generell in der Markenkommunikation bei Facebook oder bei LinkedIn. Das sind so anonyme Postings, die einfach langweilig sind. Wir wollen teilhaben an Menschen. Habe ich schöne Beispiele bei meinen Klienten. Da geht einer hoch auf den Berg, super sympathisch, der lächelt in die Kamera, hat mal andere Klamotten an, ist eigentlich in der Finanzwirtschaft unterwegs und die Leute liken das. Und dann macht er ein anderes Posting, wo es eigentlich eher so um Business geht und dann gibt es weniger Likes. Also die Kombination aus beiden Dingen ist einfach wichtig. Die Leute wollen sehen, dass du menschlich bist. Die wollen einen unperfekten Podcast hören, so wie diesen hier, mit allen M's und Hustern oder was auch immer. Und die wollen auch ein unperfektes Video sehen, weil die einfach sehen wollen, ey krass, da ist ein Mensch auf der anderen Seite und der teilt sogar noch seine Erfahrungen, sein Wissen mit mir. Wie geil ist das? Und genau darum geht es. Die Menschen wollen mit Menschen interagieren, weil die Menschen von Menschen kaufen. Wenn wir das haben wollen, dann müssen wir uns auch so viel Mut zusprechen, dass wir unsere Maske fallen lassen können und uns einfach auch menschlich zeigen können. Das ist wichtig. So und du verbindest deine Personal Brand mit den Erwartungen, kurzfristig Geld zu verdienen. Das ist der ganz klare Untergang. Also ich kenne das selbst, habe früher immer wieder auch die Frage, wie sieht es denn aus mit der Strategie? Wann verdienten die endlich Geld? Die Frage, die sich natürlich auch jeder stellt oder stellen muss, der investiert in sich als Brand, als Marke, ist ja auch völlig klar, ist ja auch völlig legitim. Dahinter steht natürlich eine Absicht, auch Geld zu verdienen, um das Produktportfolio oder die Dienstleistung weiterzuentwickeln, noch besser zu machen. Und die Leute werden das auch bezahlen, bereitwillig bezahlen, damit du die Sachen besser machen kannst für deine Kundschaft, wenn sie denn gut sind. Und dafür musst du das Vertrauen erst mal gewinnen. Und deswegen ist Personal Branding mit einer Gewinnerzielungsabsicht ganz schlecht, sondern erst mal rein in die nutzenorientierte Strategie und zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Podcast, weil ich das ein geiles Medium finde, weil ich hier nachts um ein Uhr an das Mikro noch rauspacken kann, um jetzt die sechs Fehler im Personal Branding zu promoten. Und dann merken das die Leute da draußen auch und dann nehmen die dich als Personal Brand oder als Eigenmarke auch anders wahr, also wenn es so einen menschlichen Aspekt hat. So, Fehler Nummer sechs und damit haben wir es dann auch geschafft. Du lieferst keinen Nutzen. Großer Fehler. Keinen Nutzen zu liefern. Ich habe jetzt gerade schon mit Fehler Nummer fünf, deine Personal Brand scheitert an deiner Ungeduld. Das geht so ein bisschen ineinander über. Du lieferst keinen Nutzen. Heißt, Personal Branding ist keine reine Selbstdarstellung. Ja, wir leben im Zeitalter der Selbstdarstellung. Ja, es ist super wichtig, auch wenn du Karriere machen möchtest, sichtbar zu werden. Also ein Karrierekandidat für eine gewisse wichtige Stelle, der eine entsprechende Reichweite bei Instagram oder mit einem eigenen Podcast mitbringt, ist nochmal eine ganz andere Nummer wie jemand, der sagt, ja, ich habe zwar die praktische Erfahrung, aber Fans oder Community habe ich nicht. Und das wird in Zukunft ein ganz entscheidendes Kriterium sein, weil ein Unternehmen kauft sich mit den Mitarbeitern, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, natürlich auch eine gewisse Reichweite mit. Also wenn die Mitarbeiter dann echt positiv berichten in ihrer Community, in ihrer Reichweite, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Also ja, wir leben im Zeitalter der Selbstdarstellung, aber nein, Personal Branding ist nicht die reine Selbstdarstellung, sondern du präsentierst dich zwar als Persönlichkeit mit deinen ganzen Fähigkeiten, Talenten, Kenntnissen, whatever, aber immer in Verbindung mit dem Nutzen. Immer in Verbindung mit dem Nutzen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt einen Podcast, um zu zeigen, welcher großartiger Marvel-Superheld ich bin, dann ist das eine Geschichte, die funktioniert vielleicht noch lustig, wenn man es denn lustig macht in 1, 2 Folgen, aber dann war es das auch schon und dann wollen die Leute einfach wissen, ey, was kannst du eigentlich? Wozu bist du jetzt mit deinem Podcast angetreten? Also verbinde das mit einem Nutzen. Personal Branding ist gleich Selbstdarstellung plus Nutzen. Genau. Hätte schon fast einen Schlusswort sein können. Also werde zum Content Creator super wichtig und erschaffe einzigartige Inhalte für deine Kunden. Begeistere andere, indem du mehr lieferst, als du versprichst. Hilf anderen Menschen, die sich als Eigenmarke selbst aufbauen wollen, kooperiere mit ihnen. Also gerne auch in deiner Branche. Also vergiss dieses Wettbewerbs-Ding. Das Geile beim Personal Branding ist, selbst wenn es noch jemanden gäbe neben mir, in Deutschland zum Beispiel, der auch Personal Branding macht und der auch einen Podcast hat und gibt es ganz sicher. Aber die Leute werden immer auch über einen Sympathiefaktor sich für den oder diejenige entscheiden. Das heißt, der Markt ist groß genug für uns alle. Wir können alle miteinander arbeiten, statt gegeneinander arbeiten. Ich finde, das Thema Wettbewerb darf gesund verstanden werden, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, wo man so Ellenbogen raus und gegeneinander, sondern eher in Kooperation miteinander ist, weil unsere Kunden entscheiden sich am Ende für den Menschen, den sie sympathischer finden. So, und da kannst du gar nichts machen, kannst einfach nur authentisch sein, kannst es sein, wie du bist, weil alles andere wäre für den Kunden dann auch enttäuschend, wenn er dann Kontakt mit dir hat und du bist ganz anders, wie du dich gegeben hast online. Ja, so, also hilf anderen Menschen, selbst zur Marke zu werden, super cool und kooperiere mit ihnen, das finde ich eh auch einen tollen Wert. Erschaffe Unique-Content mit deinen Kanälen, mit anderen Experten, also lade die anderen Experten ein, schaue, dass ihr eure Wertschöpfungsketten ergänzt. Also auch das bietet Nutzen und baue dir ein Netzwerk auf und verbinde Menschen aktiv miteinander. Was meine ich damit? Super wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen Podcast habt, so wie ich, dann entsteht automatisch ein Netzwerk und dann verbinde ich die Leute in meinem Netzwerk miteinander. Also nicht nur mit mir, sondern auch, hey, da habe ich gehört, da baut einer ein Projekt, da braucht einen Experten, den habe ich hier, da habe ich ein Interview gemacht, hey, ich schicke mal den Interview und frage, ob die sich beide mal kennenlernen wollen. So, so ganz ohne Erwartungshaltung, sondern einfach die Leute miteinander vernetzen und das ist, glaube ich, auch ein extremer Nutzen. Also nicht nur extremen Nutzen bieten, indem ihr Content produziert für einen Podcast oder einen Videochannel oder was auch immer, einen Blog, sondern eben auch euer Netzwerk aktiv haltet, indem ihr Leute miteinander verknotet. So, ihr Lieben, wir machen jetzt hier Schluss und den Sack zu. Ich danke euch fürs Durchhalten hier bis Feder Nummer 6 und wünsche euch nur das Beste. Bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.